Die Gorch Fock ist am Morgen in ihren Heimathafen Kiel zurückgekehrt. Das Segelschulschiff der Marine war in den vergangenen Monaten gewartet worden. Dabei wurden für rund 10 Millionen Euro Rostschäden am Rumpf beseitigt. Der Bund der Steuerzahler kritisierte, dass die Wartung überhaupt notwendig wurde. Dieselbe Firma hatte die Gorch Fock erst 2010 generalüberholt. Ab Anfang 2013 sollen an Bord wieder Offiziere ausgebildet werden. Eine Schweizer Stiftung hat in Genf eine angeblich ältere Version der weltberühmten Mona Lisa präsentiert. Ihrer Meinung nach hat Leonardo da Vinci dieselbe Frau zweimal porträtiert, im Abstand von etwa 10 Jahren. Kunsthistoriker bezweifeln das. Viele Details würden darauf hinweisen, dass die heute vorgestellte Mona Lisa nicht aus der Hand des Meisters stamme.